Mein Name ist Ursula Paller. Ich arbeite vor allem mit Video, Institutionen und Objekten. Ich wurde vom Museum Aargau eingeladen, auf dem Schloss Hallwil und auf dem Schloss Wildeck eine Kunstintervention zu machen. Hier in Hallwil ist eine Institution aus Caramel gemacht. Das Caramelzimmer ist ein wunderbarer Exot in einem historischen Museum. Es löst sich nämlich auf, es schmilzt weg und verschwindet. Das passiert normalerweise in einem historischen Museum nicht. Dort bleiben die Objekte für immer und für ewig. Ich lasse Sie ein, das selbst anzuschauen. Das ist ein wunderbarer Exot. Das ist ein wunderbarer Exot. Das ist ein wunderbarer Exot.